Die Tiefsee. Ein Reich des Mysteriums und Wunders, so fremdartig für uns wie die Oberfläche eines anderen Planeten. Es ist eine Welt, die in ewige Dunkelheit gehüllt ist, in die die Sonnenstrahlen niemals eindringen. Hier existiert Leben auf eine Weise, die wir erst allmählich zu begreifen beginnen. Stellen Sie sich einen Ort mit erdrückendem Druck vor, an dem die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt liegen. Das ist die Realität der Tiefsee, einer Umgebung, die so extrem ist, dass sie unsere Vorstellungskraft davon, wo Leben existieren kann, auf eine harte Probe stellt. Doch trotz dieser rauen Bedingungen floriert das Leben. Von bizarr bis wunderschön haben sich die Lebewesen der Tiefe auf erstaunliche Weise an ihre Umgebung angepasst. Sie haben einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften entwickelt, die es ihnen ermöglichen, in dieser unversöhnlichen Umgebung zu überleben und zu gedeihen. Begleiten Sie mich auf eine Reise in den Abgrund, um die verborgenen Wunder der Tiefsee zu erkunden. Während wir in die Tiefen des Ozeans hinabsteigen, beginnt das Sonnenlicht zu schwinden. In etwa 200 Metern Tiefe erreichen wir die Dämmerzone, in die nur noch ein schwacher Lichtschimmer dringt. Unterhalb von 1000 Metern erreichen wir die Abyssalzone, ein Reich der ewigen Dunkelheit. Hier ist der Druck immens. Mit jedem 10 Metern Tiefe steigt der Druck um eine Atmosphäre. Am tiefsten Punkt des Ozeans entspricht der Druck dem Gewicht von 50 Jumbo-Jets, die auf einem lasten. Der Mangel an Sonnenlicht bedeutet, dass Photosynthese, der Prozess mit dem Pflanzenlicht in Energie umwandeln, unmöglich ist. Das Leben in der Tiefe muss sich auf andere Energiequellen verlassen, wie zum Beispiel Meeresschnee. Einen ständigen Schauer aus organischem Material, der von der Oberfläche herabrieselt. Dies ist eine Welt der Extreme und doch wimmelt es hier nur so von Leben. Da es kein Sonnenlicht gibt, haben viele Tiefseebewohner die Fähigkeit entwickelt, durch Biolumineszenz ihr eigenes Licht zu erzeugen. Diese chemische Reaktion erzeugt Licht im Körper des Organismus. Biolumineszenz dient in der Tiefe einer Vielzahl von Zwecken. Einige Lebewesen, wie zum Beispiel der Anglerfisch, nutzen sie, um Beute anzulocken. Ihre leuchtenden Köder baumeln vor ihren Mäulern und locken ahnungslose Opfer an. Andere, wie Zamsbe, der Beilfisch, nutzen Biolumineszenz zur Tarnung. Indem sie die Intensität ihres Lichts anpassen, können sie sich dem schwachen Licht anpassen, das von oben einfällt. Und werden so für Raubtiere nahezu unsichtbar. Biolumineszenz ist ein Beweis für den Einfallsreichtum des Lebens und seine Fähigkeit, sich selbst an die schwierigsten Umgebungen anzupassen. Auf dem Grund des Pazifischen Ozeans liegt der Marianengraben, der tiefste bekannte Punkt der Erde. Mit einer Tiefe von fast 11.000 Metern ist er ein Ort unvorstellbaren Drucks und ewiger Dunkelheit. Der Graben beherbergt eine Vielzahl ungewöhnlicher Lebensformen, von denen viele nirgendwo sonst auf der Erde zu finden sind. Riesige Amöben, bizarre Seegurken und durchsichtige Quallen sind nur einige Beispiele für die einzigartigen Lebewesen, die sich an diese extreme Umgebung angepasst haben. Im Jahr 2012 unternahm der Filmemacher James Cameron einen historischen Solotauchgang zum Grund des Marianengrabens. Seine Expedition fesselte die Fantasie der Welt und lieferte unschätzbare Einblicke in dieses unerforschte Reich. Abschnitt 5. Unbekannte Gewässerrätsel, die noch zu lösen sind. Trotz technologischer Fortschritte bleibt ein Großteil der Tiefsee unerforscht. Man schätzt, dass wir erst etwa 5% des Meeresbodens erforscht haben. Das bedeutet, dass es unzählige neue Arten, Ökosysteme und geologische Formationen gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Jüngste Expeditionen haben hydrothermale Quellen entdeckt. Unterwassergeysire, die überhitztes Wasser ausstoßen, das reich an Mineralien ist. Diese Quellen beherbergen blühende Lebensgemeinschaften von Organismen, die auf Chemosynthese angewiesen sind. Ein Prozess, der Chemikalien anstelle von Sonnenlicht zur Energiegewinnung nutzt. Die Tiefsee ist ein riesiges und geheimnisvolles Reich. Und wir fangen gerade erst an, an der Oberfläche ihrer Geheimnisse zu kratzen. Abschnitt 6. Der Reichtum der Tiefe. Ein lebenswichtiger Teil unseres Planeten. Obwohl sie unserem Blick verborgen bleibt, spielt die Tiefsee eine wichtige Rolle für die Gesundheit unseres Planeten. Sie ist eine riesige Kohlenstoffsenke, die riesige Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt. Dies trägt dazu bei, das Klima unseres Planeten zu regulieren und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die Tiefsee ist auch eine Quelle wertvoller Ressourcen, wie Mineralien, Öl und Gas. Die Gewinnung dieser Ressourcen birgt jedoch erhebliche Risiken für dieses fragile Ökosystem. Es ist wichtig, dass wir einen Weg finden, unseren Bedarf an Ressourcen mit dem Schutz dieses lebenswichtigen Teils unseres Planeten in Einklang zu bringen. Abschnitt 7. Der fragile Abgrund menschlicher Einflüsse auf die Tiefsee. Leider ist die Tiefsee nicht immun gegen die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Umweltverschmutzung, Klimawandel und Überfischung fordern ihren Tribut von diesem fragilen Ökosystem. Plastikmüll wurde in den tiefsten Teilen des Ozeans gefunden, sogar im Marianengraben. Der Klimawandel führt zur Versauerung der Ozeane, die Korallenriffe und andere Meereslebewesen schädigen kann. Überfischung kann Fischbestände dezimieren und das empfindliche Gleichgewicht des Nahrungsnetzes in der Tiefsee stören. Die Tiefsee ist ein lebenswichtiger Teil unseres Planeten und wir müssen Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen. Abschnitt 8. Hüter der Tiefe. Ein Aufruf zum Handeln. Die Zukunft der Tiefsee liegt in unseren Händen. Wir müssen jetzt handeln, um dieses wertvolle und gefährdete Ökosystem zu schützen. Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, indem wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, nachhaltige Fischereipraktiken unterstützen und uns für eine Politik einsetzen, die den Ozean schützt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sicherstellen, dass die Wunder der Tiefsee auch künftige Generationen inspirieren und in ihren Bann ziehen werden. Abschnitt 9. Erkundung des Unerforschten. Die Zukunft der Tiefseeforschung. Trotz aller Herausforderungen ist die Zukunft der Tiefseeforschung vielversprechend. Ständig werden neue Technologien entwickelt, die es uns ermöglichen, die Tiefen des Ozeans genauer zu erforschen als je zuvor. Autonome Unterwasserfahrzeuge, sogenannte AUVs, sind Roboter, die den Ozean selbstständig erkunden, Daten sammeln und Bilder aufnehmen können. Ferngesteuerte Fahrzeuge, sogenannte ROVs, sind mit einem Schiff verbunden und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Tiefsee in Echtzeit zu erkunden. Diese Technologien revolutionieren unser Verständnis der Tiefsee und ebnen den Weg für neue Entdeckungen. Abschnitt 10. Unsere Verbindung zur Tiefe. Ein letztes Wort. Die Tiefsee mag wie eine ferne und fremde Welt erscheinen, aber sie ist eng mit unserer eigenen Verbundenheit. Der Sauerstoff, den wir atmen, die Nahrung, die wir essen und das Klima, von dem wir abhängig sind, werden alle von der Gesundheit unserer Ozeane beeinflusst. Während wir die Tiefe weiter erforschen, werden wir ständig an die Verbundenheit des Lebens auf der Erde erinnert. Es ist eine demütigende und ehrfurchtgebietende Erfahrung, die uns die Bedeutung des Schutzes unseres Planeten und all seiner Bewohner vor Augen führt. Lasst uns danach streben, gute Verwalter der Ozeane zu sein und dafür zu sorgen, dass ihre Wunder uns auch noch Generationen später inspirieren und in ihren Bann ziehen.